Noch mehr Geheimnisse aus den Brawl Stars My Update enthüllt. Der neue Brawler Gale, seine Star Powers, sein Gadget, seine Skins. Dann Hotzone 2.0, wie funktioniert sie? Und wann kommen die neuen Skins und wie viel kosten sie? So wird also der neue Brawler Gale aussehen. Schon ziemlich cool. Hier sieht man seine Statistik. 4760 Gesundheit. Sein Hauptangriff? Polar Vortex. Sowas wie ein Sturm von Schneebellen. Jeder Schneeball macht 504 Damage. Die Reichweite ist lang und er lädt schnell nach. Seine Super. Gale Force. Wind und Schnee, mit dem er den Gegner zurückdrückt. Der Schaden davon ist nicht so gross, aber die Reichweite ist sehr lang. Das entspricht etwa der Reichweite von Brock beim normalen Schuss. Stark ist diese Super vor allem in Kombination mit der Star Power. Blustery Blow. Da werden Gales Gegner gestunnt, wenn sie gegen ein Hindernis gedrückt werden von der Super. Seine zweite Star Power. Second Wind. Damit erhalten seine Teamkollegen einen Geschwindigkeitsboost, wenn sie sich innerhalb von seinem Sturm befinden. Innerhalb von seiner Super. Welche davon ist jetzt wohl die bessere? Sein Gadget. Spring Ejector. Damit kann er eine Sprungfeder erzeugen, die er selbst oder Gegner benutzen können, um zu springen. Das sieht wirklich cool aus. Hier ein Beispiel, wo er sich seine Sprungfeder pflanzt, sie benutzt zum Springen. Dann zurück und bereit für die nächste Sprungfeder. Die benutzt er dann auch wieder selber, um das zu demonstrieren und springt. Wunderbar. Pro Spiel hat er drei Sprungfedern zur Verfügung, die er benutzen kann, um zu springen. Es macht also langsam Schule, dass Crawler selber Gegenstände auf die Map pflanzen können. Da ist ein Trend erkennbar. Natürlich wollen wir jetzt auch den coolen Skin von Gale sehen. So sieht er aus. Der neue Skin für Gale. Bevor wir zu den Skin kommen, geht's zu Hotzone. Hotzone hat sich ziemlich verändert. Vielleicht erinnert ihr euch, vorher ging es darum, ihr habt jeweils Punkte bekommen, wenn ihr in der Zone wart. Jetzt neu, da oben, diese Prozentzahlen zeigen an, zu wie viel Prozent ihr die Zone erobert habt. Auch die kleinen Fähnchen da zeigen an, wer die Zone eher erobert hat. Im Moment, im Moment hier Team Blau am Führen. Auch der Ring am Boden zeigt an, wer die Zone erobert. Das ist also wirklich ganz neu und cool gemacht. Und wenn ihr 100% geschafft habt, dann ist das Spiel zu Ende und die Hotzone erobert. Finde ich ziemlich cool gemacht mit den Fahnen. Aber wie ist das, wenn es zwei Hotzones gibt? Hier das Beispiel mit zwei Hotzones. Auch da sieht man an den Fahnen genau, wer vorne liegt. Diese Hotzone hier auf meiner Seite bereits von Team Rot erobert. Die andere Hotzone von Team Blau erobert. Aber der Kampf ist nicht vorbei. Jeder der Hotzones zählt in diesem Beispiel nur 50%, weil es ja zwei sind. Also müsst ihr beide Hotzones gewinnen, um das Spiel vorzeitig zu beenden. Im Moment Team Blau hier hinten. Team Rot liegt leicht vorne. Wie vorher schon müsst ihr die Zone erobern. Das heisst, einer eurer Brawler muss in der Zone sein. Nur einer. Das reicht. Und dann wird die Zone kontinuierlich für euch gezählt. Und ihr punktet, bis ihr dann beide Zonen habt. Also die 100% geschafft. Und dann ist das Match auch vorzeitig vorbei. Und ihr seid Gewinner von Hotzone. Ich finde das mega cool gemacht, ehrlich gesagt. Hotzone hat mir schon vorher gefallen. Und mit diesen Fähnchen. Wow. Willkommen zu den Skins. Der erste Barbarian King Bull. Diesen Skin bekommt ihr alle am Update-Tag. Geschenkt. Gratis dazu. So sieht er dann in-game aus, der Bull. Der Rogue Morty Skin erhältlich ab 19. Mai und er wird 150 Gems kosten. So sieht er dann in-game aus, der Rogue Morty Skin. Tropical Sprout erhältlich ab 22. Mai und er wird 30 Gems kosten. Tropical Sprout in-game. Sieht wirklich auch gelungen aus, sehr gelungen. Und der letzte, Guard Rico. Guard Rico erhältlich ab 27. Mai und er wird ebenfalls 150 Gems kosten. Wow, dieses Update ist wirklich der Hammer und ich kann es kaum erwarten. Wie geht's euch so? Was gefällt euch am besten? Nicht vergessen zu abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Und ich sehe euch im nächsten Video.